Hallo Was zum Teufel, die Blume ist tot Der Gärtner gehört zurück und abgetrieben So, was machen wir denn heute? Was haben wir denn hier? Verschaffen die Zugang zu Holy Spirit Spirits Schipritz LOL Das klang jetzt zweideutig So, was haben wir hier? Ich löff, ich löff Okay Moment, ich hole hier mal meinen schönen Raketenwerfer raus So Ich habe hier mal spontan angefangen Au Ich bin mal spontan gestorben Gibt es hier was, was ich... LOL Ich bin auch spontan gestorben Moment, Moment Ich lade gerade nach, gleich lebe ich, gleich lebe ich Gleich, hör auf weg zu rennen Und klatsch Was zur Hölle ist hier los? Ddududup, ddududup, ddududup Warte, ich heim mich mal Komm her, komm her, komm her Ach, das ist ja praktisch, dass hier direkt der Automate ist Was ist das hier? Ich glaube, wir haben dann mehr Zeit, bis wir sterben Auf Leben und Geld Boah, du bist ja so selten Wer ist hier drin? Der Geldbote, denke ich mal, oder? Der, der hier auf dem Bild ist Ja, der Geldbote Loll Meine Schrottflint ist ja besser als Photoshop Hey Die kann perfekt drumrum ballern Ich habe alles erwischt, was zu dem Typ gehört hat Den Hintergrund nicht Boah, das war auch eine schicke Waffe, die hätte ich gern Wo sind wir hier schon wieder? Kehre zu Ellie zurück Ich glaube, das Klamenkriegzeug haben wir jetzt hinter uns Kommst du? Oh oh, das klingt für mich nach einem Internetproblem Aber er ist noch da Hallo Was ist dein Internet? Ich denke mal Keine Ahnung Solange es ingame nicht schlecht ist, alles okay Oh ja, was schönes Grünes Das sind Sägeblätter von Obi Tu nicht das, was ich getan habe Oh, das sieht geil aus Lol Oh, Spielverderber Jetzt hängen wir ja Lol Jetzt hängen wir schon wieder hier in der Wüste rum Ach ja, stimmt, müssen wir ja Wir müssen ja zu der DICKEN Zurück Äh Was zur Ich wurde wieder rausgeschmissen Ach, deshalb bin ich geflogen wie so ein Idiot, oder was? Ja Mein Auto ist voll weggefegt worden Oh fuck, stimmt, ich bin ja offline Moment, lass mich noch Achso, die sind gerade weg Dann, 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 dann Dann mache ich hier kurz Cut bis gleich So, weiter geht's What the fuck, wieso ist Danielo jetzt hier drin? Wer ist Danielo? Hau Ab Hau ab Oh, nee, tschüss Ich glaub's ja nicht Siehst du, das geschieht, Leute Okay, ja, tu noch Pandora-Werbensprecher Japp Also, du bist einfach ohne Auto losgeflogen? Nein, das Auto war noch da Das Auto ist geflogen wie sonst was Doch Ja, nehm ich Die ganze Szene jetzt mit Danielo war schon mit drauf Okay Danielo, du Schwein Falls du das siehst, du bist ein Schwein Lol Die wissen, dass das nicht gemeint ist, ne? Ihr Schweine Also, ich würde dich jetzt hassen dafür Ich hab den gekickt Was zur Hölle ist hier los? Was tust du? Das hab ich keinmal Was machst du? Scheiße Ich steig lieber aus Lol Steig mal aus, Alter Das ist so hübsch Das Auto fliegt ja schneller als wir Ich weiß nur nicht, wie wir das jetzt wieder gerade biegen Ob wir auch irgendwann sterben? Guckt ihr mal das Auto an auf den Plan Scheiße Ich fliege mal außerhalb der Zone, ne? Bitte was? Ich fliege jetzt mal außerhalb der Zone Wie geht das? Ach, man kann laufen? Ja Gute Idee Ich sterbe Mit Sprinten Also Leute, das ist doch mal ein Hammerbug, oder nicht? Yay! Gestorben Ich auch Wie hast du das eigentlich jetzt geschafft? Peter? Ja? Du lächst ab und zu Nein! Wie hast du das geschafft, durch die Map zu fallen? Es handelt sich um ein unbelebtes Objekt Wie etwa eine Krippe Uh Was zum LOL Also irgendwas stimmt doch hier ganz und gar nicht Isak-LP hat den Kampf verlassen Schon wieder Also irgendwas stimmt hier gerade so überhaupt nicht Ich würde sagen, ich mache hier wieder mal einen kleinen Cut rein Und wir sehen uns dann gleich wieder So, da bin ich mal Hilfe! Hilfe! Ich hole mir ein neues Auto Ist das Hammer! Das Spiel bugt heute Scheiße, man Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht Aber es ist Ah, Hilfe! Ah, nein! Ich finde das gerade so toll Wie heißt denn, wir das Spiel ganz neu starten Also den Post Kleinen Moment Fahrzeug Peter? Respawn! Peter? Also mein Auto ist in Ordnung Ich würde sagen Oder auch nicht Ich würde sagen Du musst wieder kurz den Katten hier bei der Stadt in der Spiel Und ich habe keinen Bock auf zu Ich fahre hier gerade mit meinem reifenlosen Auto rum Lass mich Die Reifen von meinem Auto sind im Boden Das ist so Hammer Ich weiß nicht, was wir gemacht haben Aber wir haben das Spiel zerstört Ich kann durch Felsen fahren LOL Ich fahre jetzt mal hier Eiskalt durch den Berg raus Hier Schaffe ich das? Oh, Daniel Oh, jetzt bin ich wieder durch die Map gefallen Peter? Ja? Ich starte das Spiel auch mal bitte Ist eine gute Idee Und nochmal Bis gleich So, Leute Da bin ich wieder Ich nicht Ja, doch Du schon Du stehst da hinten Ich hoffe mal Das ist lustig Jetzt wieder stabil Was war lustig Als du vorhin weg warst Habe ich ein Auto genommen Und das ist die ganze Zeit irgendwie Im Boden gefahren Ja, war bei mir auch Da waren die Räder Im Boden Und dann war das wie so ein Schlitten Ja Aber ich hoffe mal Das funktioniert jetzt wieder alles wie es soll Oder auch nicht Ich glaube das Gebiet ist scheiße Ich steig schnell rein Ich habe keinen Bock Beim letzten Mal bin ich wieder durch den Boden gefallen Mit so einem Scheißding Ich habe keinen Bock Nochmal durch den Boden zu fallen Ich habe die Idee Ah, ich drehe mich Ich fahre ohne was zu machen, Peter Hilfe Hilfe Gott Das macht mir Angst, weißt du das? Hey, dein Auto ist richtig rum Und so Jetzt reisen wir wieder zurück Mal gucken, was jetzt passiert Ich habe jetzt schon Angst Kommt schon, kommt schon Und? Ist gut Ja, nein, vielleicht Warte, ich fahre mal hierhin Ja, ist gut Wir haben es gelöst Willst du vielleicht wieder unter der Erde? Ja Loll Ich wusste es Wieso das? Ich bleibe sitzen Warum? Irgendwie Ist das gerade Also in der Gegend hier ist das Auto Verpackt Ich glaube Wenn wir wieder leben, laufe ich lieber Hm, ich stecke aus Pff, geh doch Der Käpt'n Lol Ich will mich auch Ach, nix Was ist da unten? Guck mal, da ist so ein Kasten Da muss ich hin Ich auch Nein, ich fall gleich dran vorbei Rosa Kasten Wieso Alles findet Wieso meppen die hier ein rosa Paket hin? Ich weiß es nicht Fach mich nicht Langsam ist das Spiel ziemlich verbuggt Ich glaube das neue Update, oder? Keine Ahnung Ja, tot Endlich Also in The Dust setze ich mich in kein Auto mehr Weißt du was? Ja Ich schon Ich nicht, ich laufe echt lieber Ich hole mir jetzt mal das andere Modell Das andere Auto Okay, das wackelt schon so komisch Ich stecke aus Gucke hier mal das Auto an, wenn man drauf schießt Keine Munition mehr Ja toll, das war mein letzter Schuss Naja Also irgendwie, ne Das ist doch nicht Nö, nö Ich laufe doch lieber Ich glaube hier, diese Stelle hier ist Sind wir hier überhaupt schon mal gefahren? Ja, eigentlich schon Klar Aber warum passiert das jetzt? Ich weiß es nicht Vielleicht haben wir irgendwelche Scripts jetzt kaputt gemacht im Savegame oder so Dass wir jetzt immer wieder Probleme haben mit dem Auto hier Mhm Auf diesem Level Au Hey, das ist nicht lustig, ja? Ja, nee, nur nicht Abprallschädel Apropos Schädel Wer schießt da? Der da Oh, laufen ist so langweilig Also wir haben keine Gegnerprobleme mit meiner Sniper Beim Typen auch wieder so komische Geräusche Was hast du gegen mein Gesicht, du dämlicher Bandit? Hey, Zeit meine Granate auszuprobieren Ja Hey, die Granate gibt dir sogar Leben wieder Cool Nice Schöne Granate Schöne Granate Ja, ja, geschossen Das tut man nicht Das gehört, wie hoch der geschrien hat Aaaaaah Komm, wir laufen Ja, fahren geht ja schlecht Blödes Spiel Ich mag das Spiel nicht mehr Halte vier Hör auf, solche Geräusche zu machen Weißt du, was toll ist? Das ist unser erster Part, wo wir es nicht schaffen, irgendwas zu machen Wow Questmäßig Wir haben noch nichts gemacht, außer uns durch die Gegend zu bangen Oh, wie niedlich Ja, wie bist du denn? Ja, wie bist du denn? Ja, wie bist du denn? Ja, du bist tot Guck mal, der ist voll kristallisiert Wer? Die Leiche hier Hier ist bei mir keine Leiche Echt nicht? Was hast du geschluckt? Nix Was ist denn das? Ach, Munitionspaket Das schaffe ich noch Das schaffe ich noch Das ganze Spiel bagt Warum? Diese komischen Spinnen hier Diese Spider-Rant Die sind bei mir gerade statt zu laufen Einfach mal Gekleitet hier Lol Ohne sich zu bewegen Einfach durch die Gegend gelaufen Ja, wäre ich auch dafür So, wir gehen jetzt Boah, das ist ja mein Hammerschild Nehme ich Ich habe ein besseres What the fuck Wie viel hat dein Schild? Mein Schild hat Willst du nicht wissen? Meins hat jetzt 924 782 Meins hat 900 irgendwas Und wenn ich unten in der Leiste gucke Für, äh, Rüstung 789 940 Nur eine Bande wird das Überleben Du entscheidest welche Sobald die Schießerei beginnt Schießt du einfach auf die Seite Die dich am meisten nervt Und Vorsicht Sobald der Kampf läuft Kannst du erst weg Wenn eine der Familien tot ist Ich habe Angst Weißt du das What the Ich weiß gar nicht Ob ich da einsteigen will Ich glaube ich AAAAAAAA 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 Scheiße man Ich mache hier einen Cut Haut rein Ich vergebe mich Bringt es hinter euch Und rauft mich aus Und rauf mich aus Und rauf mich aus Und rauf mich aus